Hallo und herzlich willkommen hier beim neuesten Fall von Inspektor Wender. Schön, dass du dabei bist und bevor es richtig losgeht, erkläre ich dir einmal, wie es jetzt abläuft. Du wirst gleich ein Video sehen und am Anschluss des Videos gibt es immer die sogenannte Endcard. Da hast du zwei Videos oder drei oder vier und manchmal auch nur eins, das du auswählen kannst und kannst dann entscheiden, wie geht die Geschichte weiter. Klick am Ende des Videos einfach auf eines dieser Videos und dann kommst du zum nächsten Teil der Geschichte. Aber Achtung, deine Entscheidungen haben möglicherweise Auswirkungen auf das Ende der Geschichte. Ich sage es gleich vorweg, es muss nicht gut ausgehen. Aber vielleicht bist du ja schlau genug, um den Täter zu finden. Und wenn nicht, kannst du auch einfach noch mal von vorne beginnen. Viel Erfolg und jetzt geht's los. So, wir sind gleich da. Da wird es einen wichtigen Fall geben. Ich hoffe, wir können ihn zusammen klären. Ich bin froh, dass du auch da bist und mich unterstützt hier bei der Nummer. Ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl, was das angeht. Denn hier könnten wir weiterkommen. In dem Fall mit den Diamanten. Moment, mein Handy vibriert. Ja. Ist das so? Richtig. Wirklich? Ja. Okay. Bis gleich. So, ich habe gerade wichtige Neuigkeiten. Ich kann leider nicht mit reinkommen. Du musst die Sache alleine machen. Ich habe, ganz wichtig, zwei Dinge für dich. Ich habe hier einen Brief. Den kannst du dann nachher verlesen. Wir nehmen ihn einmal. So, und ich habe hier diesen Schlüssel. Passt gut drauf auf. Es geht um die Erbsache in Sachen Theater. Ja, ganz wichtig. Also, jetzt legst du los. Aber denk daran, mach immer einen guten Eindruck. Schaffst du das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020